Jerusalem, kehre ein zum Herrn, deinem Gott. Jerusalem, kehre ein zum Herrn, deinem Gott. Jerusalem, Jerusalem, kehre ein zum Herrn, deinem Gott. Erste Station. Jesus wird zum Tode verurteilt. Ich war unschuldig, wie ein Mann, zur Stadtkampf war ich geführt und wusste nicht, warum. Ich war unschuldig, wie ein Mann, zur Stadtkampf war ich geführt und wusste nicht, warum. Zweite Station. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Meine, wie eine Jungfrau, mein Volk, Klage dir, wir, denn in Wasche und Huse, denn der große Bitter, der Tatteste, ist angebrochen. O Bürde, der Tatteste, ist angebrochen. Dritte Station. Jesus feilt zum ersten Mal unter dem Kreuz. O Herr, bewahre mich vor der Hand des Sünders. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Tatteste, ist angebrochen. Entschuldigung. 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 unter dem Rauchen. Ich hauere über dich, mein Sohn, da schön warst du und liebenswürdig wie eure Mutter ihren reizten Sohn. So hab ich dich geliebt. Wo bist ein Geliebter hingegangen, du schönste unter dem Rauchen? Mein Leben schwindet mir vor Schmerz und Trauer, wie deine Mutter ihren reizten Sohn. So hab ich dich geliebt. Fünfte Station, Simon von Sirene hilft Jesus das Kreuz tragen. Fünfte Station, Simon von Sirene. Fünfte Station, Simon von Sirene. Sechste Station, Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Er sprich zu dir, mein Herz, Dein Hand wird suchen dich. Ja, Herr, Dein Hand wird's geliebt suchen, Wende nicht dein Angesicht von uns. Zeige uns dein Angesicht, und wir sind geliebt und wir sind geliebt. Siebente Station, Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Er trägt von uns die Schmerzen, er trägt von uns die Schmerzen. Er wird dies handelt, er tut den Mund nicht auf, gleich keinem Name, das man zur Schlafkampf führt. Er trägt von uns die Leiden, er trägt von uns die Schmerzen. Er trägt von uns die Schmerzen, er trägt von uns die Schmerzen. Fünfte Station, Jesus begegnet den weinenden Frauen. Er trägt von uns die Schmerzen, er trägt von uns die Schmerzen. Er trägt von uns die Schmerzen, er trägt von uns die Schmerzen. Neunte Station, Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Er trägt von uns die Schmerzen. 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 Zehnte Station, Jesus wird seiner Kleider beraubt. Er trägt von uns die Schmerzen. 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 Das Groß, mein Urn, den nie ein Mensch, der leuchtet Sporn des Eukes ausmucht. Denn alle, die sich erlöhnen, nicht zu glauben, ein Mensch, der leuchtet Sporn des Eukes ausmucht. Elfte Station, Jesus wird an das Kreuz genagelt. Sie haben meine Hände und Füße nur fort und alle meine Gebeine gezählt. Nur ihn ist mir die Welt gekreuzigt und dich erwählt. Sie haben meine Hände und Füße nur fort. Und alle meine Gebeine gezählt. Zwölfte Station, Jesus stirbt am Kreuz. Jerusalem, Jerusalem, steh auf. Liege deine Freuden, Kleider, ab. Bedecke dich mit Asche und mit Kleidern der Buse. Schöne 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 Auf Wiedersehen. Schöne Schöne Vielen Dank.